und Halli Hallöchen wir sind wieder da nach einer langen Pause aber wir sind wieder da und ja wir sind wieder da wie schon gesagt und das war Attenthal das war sehr knapp also ja okay und wir sind da wir haben vor dem nicht da aber wir sind da und jetzt ist er heute mit haben wir müssen zu sagen toll L ob ich sie ja und nur du bleibst ein Wort der kleine okay das war jetzt recht so dass jetzt doof ja es ist scheiße okay die Gleiterung nachher weg das ist der Nürnberg älterer der Säger mit der Hälfte auch nicht fertig gemacht hat die Gäste aber wir haben doch nicht gezockt in der Zeit wo wir hier Waren halt oder auch bei uns waren sag ich mal gab keine technische Probleme und ja Ja, na gut, ähm, 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 äh, okay, äh, wir wollten ja mit dem Schiff anfangen, wie schon gesagt, also die Däsche machen wir dann auf Leid, das zeigen wir euch dann beim nächsten Part zeigen wir euch die schönen, äh, Däsche halt, äh, wir wollten mit dem Schiff anfangen, Stan, das Schiff bauen wir hier auf jeden Fall hierhin irgendwo, okay, na dann, mach mal, wollen wir es weiter wegbauen, oder? Ich weiß nicht, da machen wir so, und 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 so, bis dahin, und dann Boot, und bauen, und boot, scheiße, ey, immer in Reimspiel, also, ähm, fange ich jetzt einfach mal an, wo, wie weit soll es weg sein, das Schiff? Ich weiß es doch nicht, keine Ahnung, mach du das mal, okay, mach mal bitte weiter weg, so reicht, denke ich, aber du wirst, ich muss ja Holzbitte hochbauen, gell? Ja, nee, 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 nee auch okay so geht es nicht um ich würde es mal so wohl legen zu kein Plan über das machen jetzt irgendwie so ja ich schon war ich muss kurz wir können wir noch ein Ziel das man auch erst mal zurückgehen da so ist es nur auf jeden Fall weil sie es jetzt kurz hier nachdenken also es wird auf jeden Fall ich hab nicht mal ne Uhr Scheiße ähm ja das Ding ist einfach gerade das Schiff das ist jetzt der Boden vom Schiff also der ach egal ist der nicht erzählt es dann dann wie breit soll das Schiff werden ich weiß es doch nicht ich weiß nicht ob du ein Riesenschiff haben willst näher die Söhne schon die Kistinger 1 die Söhne kleine ist die Kistinger und so etwas größeres Naja der du 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 denkst du die Kuh kann es aber mitmachen ja ich wollte gerade mal das Holste und Weg machen ob es geht ein Kreis ist und wir können ja auch mal lassen und am Ende also gegen Ende für die ich weiß durch ich hab doch kein Plan über das machen will ich das ist eine neue Reihe von der Schiff ich glaube wir machen noch zwei Reine das reicht dann Thema wie viele Reine das insgesamt sind um euch hier so ein zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn 11 13 wie wir ein muss nur unkartei werden und gerade mit gleichmäßig wird nur unkartei oder wir machen wir gerade kann nicht schief gehen hoffentlich toll ich will ich gerade also ich hab noch ich hab und so viel wurde gebaut ist ich hab auch noch nie gut gebaut Prozent Prozent jetzt sieht man die Länge los die Länge jetzt du machst die andere Seite Koko der ersten Fehler gemacht Kuhl den lassen wir so Köln wir waren zwei nach noch zwei Reine oder wie er ist verrückt aller Länger Länger ist jetzt ungefähr zehnmal so lang Köln auf jeden Fall es dauert ein weiterer bis jetzt auch noch die Hände haben Prozent 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 DIN 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 Erzähl mal was, mach mal auch mal ein Thema zu so. Ja keine Ahnung ein Thema, das Thema es gibt neue Geräusche Boah, es gibt jetzt Preview 6 mit der Zockmann nicht, weil da die Tür nicht aufgehen und Minecraft Release FC 2 oder sowas Zockmann nicht weil wir da auch eine Textur und Peck spielen können und das ist scheiße es wäre, es gibt eine Variante, aber da ist kein Bock drauf und da will ich nicht machen also zocken wir mit der Prüfung 5 und in zwei Tagen soll ja offiziell beigert 1 10 rauskommen, wie das heißt, die Vollversion jedenfalls und dann zocken wir mit der anderen ist alles in Ordnung. Ne, die kommen niemals schon übermorgen raus Ja, das, so mein Kommen haben sie gesagt, aber naja, das muss man überraschen Ne, weiter so so rauskommen, ja, zwei Tage. Ups, was ich jetzt gemacht? Achso, da ist nichts da unten auf einmal Das wird also, wie groß soll das Boot werden? Ich hab' gesagt, das wird ein Schiff und kein Boot Ja, ja, das Schiff halt trotzdem Na, groß halt, hab' ich doch gesagt Das wird ein Riesenviewe Oh, das wird wieder richtig geil Das wird so eine kleine Null, das wäre sehr langweilig Aufzio, hast du wieder nicht geguckt, ne? Hab' ich doch vorhin schon gesagt, denn Also, ziehen wir wieder durch, ja? Ich zieh' wieder durch, ja? Ich zieh' wieder durch, ja? Ich zieh' wieder durch, ja? Na ja, ich mein' jetzt irgendwie 20 Stunden aufnehmen, ne? Ne, dann machst du Porto, ne? Also, der Flora nimmt noch auf, ne? Ja, müsste ja Hoffentlich mal Ja, wir wissen die doch alle, oder? Ja, echt mal, die Zugrassen, also, ne? Wir haben so viel zu schauen, auch jedes Mal, also Ich hab' kein Holz mehr, ist das eine Ausrede, dass ich nicht weiter machen kann? Ah, ne, fünf Stück hab' ich noch Ne, dann, dann ist es so gut, das Boot, das Schiff Ja, so Ja, ne Boot hätt' man vielleicht auch so offline machen können Bo, wir wollen kein Boot machen, wir wollen ein Schiff Bo, denn, das Ding ich hab' mir grad' machen, das ist ein Schiff, denn? Ich schieß' das Hühnchen ab Getroffen Ja, jetzt der, komm' her, hier Toll Weiter geht Mano Wir sind noch zu kurz das Boot, das Schiff Da, ich schieße mal, Oh, mein Gott Ach, man, ja, langsam, und lanz, zack, 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 zack. Ach, man, jetz' ach, man, ja, zack, 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 zack. Als wir versuchen, mein Kurs noch durchzuspielen, ne? Ja, wie will ich gehen? Oh, mein Gott! Was? Oh, mein Gott! Durchspiele Endeboindertrappen besiegen Wofür man den? Na, im Endo Also, wie kommen wir da hin Die auf das Spiel portal finden Da ja richtig und das ist man das erste Problem aber auch richtig Ende Augen für das heißt wir müssen noch in die Hölle müssen noch so schön geben die Jochen und die Spur nur auf solchen Brüder Festungen also das wird noch richtig auf der Weg Prozella ich habe schon und der Ende betrachtet auch nicht gerade einfach zu besiegen das Recht nicht und schief nur so ja so er hat wieder kein Holz mehr das wird auch langsamer Reichen oder wo ich der Mannige Geschichte dahin muss er über den kleinen Ecke machen weil das Holzallau ja ich denke das ist so ganz okay auch wie so ging das nicht so fertig das unterbot je loslos ist das wenn du in dort in der hier bietet settings mehr und dann oft erstellt sie dabei die auch dass sie die zwei Prozent von Jawa hast wer steht da die Mütze trägt aber schon die Karte und noch die ganze Geschichte noch spitz ja das wird noch richtig geil ja das wird noch richtig geil als die Brotan so so wie viele Reine haben wir jetzt die Erkunft zu liegen 20 so um Warte mal ich bin ein Plan überlegen jetzt müssen wir können uns theoretisch gerade nach oben machen oder und er hat sie können es aber auch erst eine kleine Schräge machen und dann nur nach oben da hat sie können natürlich der Beker hat nur noch ich bin gerade am überlegen warte kurz um die Lektar ich hatte gerade nicht nur ich hatte gerade die Idee in den Fallen die Scheiße ich habe keine Ahnung von Boten bauen das nicht mehr Ding ja doch doch in das war auch mal krater Prozent wo ich länder und so ist es gerade bei mir ein bisschen Prozent und bischen dort sieht man wieder ein Video ich weiß auch nicht wo das liegt dass immer der Ton später kommt als das Bild hier und das war übelst hätte vielleicht nicht sagen und so Prozent Prozent oder hat auch die Böse A Prozent ich habe ein Holzklotz und ganz ausbessert und das Prozent Buch abtolge wird auch mal kommen was man ist jetzt nur seit zwei der Zeitung gehen gewartet jetzt und guckst mir entspannt zu Juhu Juhu ich gehe mal bis in Tau ich habe Sand gefunden und die Ernte und Kies Prozent wie heißt das Columbia um ja das Blau 2 oder gar auch hier meine Hälfte dann dort haben nach Scheißdrehen hoch was man auch wenn es heute alles mehr dann machen und nehmen dann auf wie man weiterholzsamen oder auch also Mittagspause ich habe ein Tenten geschüttelt auch ein bisschen wie das heißt gehe als Gott gefunden weiter scheißen Mando ich habe wieder ein Deckel holt nach scheißen wird kommen der Stimme doch über bis in Holz sammeln also die Brücke sieht auch realistisch aus so in der Luft schwebend hat schon was hättest du dich hieße bei den Dings aber ich meine solle sich schon mal gestalten bisschen ich habe wieder Holz gesammelt g ich bin mal ganz kurz denn er war ganz kurz leise sagt man kurz nicht so ok so er hat man jetzt war da geht er sehr gut ist in der ich in der Blitz auch schlug gut ich hab heute kann sich sammelt gerade holz da wo er nicht ja nicht er drüber ich sehe die auf dem Boden oder ich schieb mal mit Pfeil das ist eine Scheibe ich sehe die TG das haben die Dinger da sein scheiß drauf ey das ist die ganze Zeit von den Tinten Säckler ausgewiesen gibts zu ja so ist es genauso genau so ist Stanley gleich und hier macht es einfach so auch der Welt überstehen Alter toll bei den Feinern so aber die schon mal ganz so schlecht aus oder naja es wird denn es wird auch und die Spannter beenden die Scheißdinger aber ja stimmt okay dann mach mal Feierabend bis zum nächsten Mal mit der mit dem Boot da wird schon wieder witziger heute muss man sonst reinfitten die Kacke hier und ähm bis zum nächsten Mal und ähm Arschloch ja sind sie unkraut und bis zu Schrengschrober Juhu macht's gut sehr gut sehr gut sehr gut